Mr. Gray wird Sie jetzt empfangen. Ich bin es gewohnt, mich durchzusetzen. Kann ziemlich langweilig werden. Es ist ein sexierer Film. Es ist der Ebb und Flow von Passion und Kontrollen. Es ist hinter dieser Tür. Was ist da? Mein Spielzimmer. Deine Xbox und sowas? Es sind zwei Menschen, die versuchen, einen Link und eine Verbindung zu finden und versuchen, diesen Problem zu übernehmen, wie er seine Leben führt. Sie wirken nervös. Ich finde sie einschüchternd. Anastasia unlocks das Hohes Item und he breaks so many of his own rules. Was machst du noch mit mir? Sie hat einen Effekt auf ihn, den niemanden hat. Es fühlt sich wie ein Fairytale, obwohl es eine sehr adulte Version ist. Sie haben eine ungewöhnliche Verbindung. Sie haben immer noch nie jemanden als sie sich lieben. und das andere ist, wie sie sich lieben. Sie haben eine sehr gute Idee. Und das ist so wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017